Am 07.09.2024 gegen 13.15 Uhr wurde die Berufswahl bei Bonn zu einem gemeldeten Gasgeruch zum Wächter vom Suttlandplatz alarmiert, hatte jedoch vor Ort keine Feststellung. Im Einsatz waren der B-Dienst, das Hilfeleistungsflöchfahrzeug, das Tankflöchfahrzeug 1, der AWC Akunda und eine Fußstreife der gemeinsamen Anlaufstelle Bonn-Innenstadt von Polizei und Ordnungsamt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020